ja hey und damit herzlich willkommen zu einem neuen video nämlich wieder minecraft bedwars zusammen mit dem alex also dass wir das gleich sagen heute haben wir kein thema am start aber dafür werden wir was krasseres machen wir werden so eine kleine mini challenge mit einbauen wir machen das so alex baut sich hoch also wir bauen uns natürlich zu den gegnern aber er baut sich dann hoch ich komme mit leitern hinterher und spinnweben und dann müssen wir immer zur insel mlg machen und einfach probieren so die gegner dann zu recken ich bin erstmal dafür dass wir ruhe töten naja du kannst halt du kannst halt auch im normalen weg rüber bauen müssen jetzt das nicht mit den leitern machen dann machen wir das einfach nur mit den cobwebs dann geht das viel leichter der kanal hat ja extrem viel abos und da kann könnte ich mir ja so vorstellen die leute könnten ja theoretisch oder wir könnten ja theoretischen wer ist das faq oder wie spricht man das aus nichts anderes anderes das ding auf jeden fall so fragen antworten wie die auf jeden fall unter dem video irgendwelche fragen und das können wir dann in den nächsten oder im nächsten video sagen weil oder beantworten sagen wir so weil dann haben wir auch irgendwas zum besprechen vielleicht genau jede frage ist erwünscht egal wie blöd die ist oder themen schreibt them in die kommentare achtung da kommt türkis oder pink pink ist das ja ich sehe schon ok habe ich benutze jetzt auch rot ist dann könnten wir eigentlich zum anderen team rüber oder ich denke wenn wir uns zu den treppen vom hochbauen können wir auch in der menschen machen ganz gute frau uns ist ja unnötig hochbauen und dann ist irgendwie in 10 t bauen wenn es funktioniert eine steine post und jetzt haben wir sie ein hast du schwimmen wegen jetzt ja ok was geschafft wenn sie sehr viel schaden hallo ich habe weiß ich was bei dabei auch ne der hat denn den back hier können wir mit schieben machen bei orange auch wenn es uns nichts bringen wird aber das video ja ja natürlich wir könnten sowas auch in skywars aufnehmen auch wenn das old school ist wird ja das leute wir machen alles also auch was es vielleicht schon auf youtube gibt machen wir gerne weil ich meine wir haben jetzt erst verspätet angefangen mit youtube also warum nieder ich gehe runter bis weit also muss ich bin noch nicht da bei dir ich bin auch irgendwie die ganze ich bin ich war gegen die ich pack die ganze zurück aber ich glaube das liegt irgendwie immer am schwert das schwert back die ganze zeit das packt immer einen kuchen so jetzt mit drehung und dann im lg also nein ich habe es platziert aber bin gestorben sind nur noch pink und türkis doch da waren schon welche aber pink und türkis die greift sich gegenseitig an ich habe nichts an wie ich habe eine frage wie bist du eigentlich auf mein kopf gekommen mit meinem bruder und in welcher beziehung in welchen zusammenhang hat dein bruder das gespielt und du fandest es cool oder ein freund von meinem bruder hat das durch krank gesehen und durch krank also dadurch hat er dann sich mein kraft geholt und dadurch hat mein bruder dann von ihm auch mein kraft also er hat es ihm auch gezeigt die mine kraft zu installieren und kauf und so und dadurch habe ich auch durch ihm habe ich dann auch mein kraft gesehen und hab's dann auch angeguckt und man bau das wie viele jahre das schon her ist keiner auf jeden fall schon lang genug aber stimmt das könnte man machen das wäre noch eine geile idee wenn ihr wollt dass ich mal probiere wieder die älteren server zu suchen auf denen ich früher gespielt habe weil ich konnte nur die 1.5 früher spielen und einige wurden ja auch schon abgedatet dadurch oder vielleicht bin ich einige noch dann durch das ist das wäre eigentlich noch geil und dann einfach die älteren server suchen dann zu gucken wie was darauf neu gemacht worden ist oder so ist ja auch ganz gerne an kräften der löschen stärke drang achtung ich wollte eigentlich nicht dass er uns sieht aber ja gut habe ich gesagt zumindest hatte ich die vermutung dass er uns gesehen wird aber ich habe jetzt eine stärke drang eisenschwert eine eisenschwerte spitzhacke kopfwerbs blöcke und ja ein paar tränke jetzt ist noch interessanter wenn wir es jetzt nicht schaffen dann haben wir schon ganz verkackt hast du es überlebt ja warte wo bist du warte ich soll ich dir einen heiltrank runterwerfen ich bin voll oder es kommt ja nein 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 lol wie ich kann dir helfen gut scheiße soll ich riskieren attacke 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 das wird das wird endlich gut enden kein gutes ente ich habe den einen getötet ja und damit hoffe ich euch hat das video gefallen die bewertung war klasse und ihr könnt wie gesagt uns halt fragen in diesen unter diesem video stellen und und halt was wir spielen sollen und so weiter und so fort und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder dann bis später euer peter ciao